Hallo, hier ist Löwimus Prime und willkommen zum zweiten Teil von Brawl Stars. Ja, ich weiß, beim ersten Teil war es ein bisschen chaotisch, aber kann man passieren, dass meine Teile chaotisch werden. Deswegen tue ich schon den zweiten Teil machen. Wenn der erste Teil schon draußen ist, könnt ihr ihn gerne gucken. Wenn ihr dieses Video seht, der ist dann eh schon draußen. Und wenn ihr euch fragt, was das für ein Aufnahmeprogramm ist, das ist, ähm, warte, ich guck mal, ich stopp kurz hier. Also, das Aufnahmeprogramm ist Du-Rekorder. Wenn man das aktiviert, sag ich euch jetzt, nehmt ihr, man muss einfach drauf gehen. Und dann ist es schon aktiviert. Und dann hat man das Aufnahmeprogramm und heute möchte ich mit euch ein bisschen pushen. Das Video wird ein bisschen kürzer gehen, weil es verbraucht dann echt viel Megabyte. Ich spiele auf meinem Tablet, also, ja, ich spiele auf meinem Tablet. Ich spiele auch kein Handy, also... Ich glaube, ich nehme mal... Um zu pushen, nehme ich mal... ...meine... ...Rosa. ...ne Rosa brauche ich. Ja, man hat grad mein ID gesehen, aber ist ja egal. Jetzt machen wir Du-Rekorder und wir pushen jetzt ein bisschen mit Rosa. Dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. Ich meine, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mehr Pokale habe und den Zwischenstand euch verrate. Also, tschüss. Kurzer Zwischenstand. Ich habe gerade eine Runde gespielt und habe natürlich Minus gemacht. Wir sehen uns gleich wieder mit einem anderen Brawler. Also, zeige euch dann kurz den Brawler, den ich auswähle und dann geht's ab. Und jetzt... Und jetzt... Tschüss. Ich meine, jetzt kommt ein kurzer Cut. Ich bin gerade im Matchmaking, also... Ich... ...mach grad Colt. Ich habe einmal Plus gemacht, aber sonst habe ich dann Minus gemacht. Und jetzt versuche ich die Runde mal Plus zu machen. Nicht drei Runden Minus. Oder zwei Runden und eine Runde Plus. Jetzt habe ich gerade nichts gemacht. Also insgesamt vier oder... ...drei Runden. Ich habe mich gerade gedacht... No, Digger. Der No weiß gar nicht mehr, wie er auf sich zukommt. Jetzt! Suck! Digger! 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 Ich habe jetzt so... ...mein... ... 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 Oh, Nita mit Bruce. Nita mit Bruce. Nita mit Bruce und Colt. Wir sind der Sohn. Oh, yes. Ich glaube, ich habe mal eine fette Belohnung. Oder? Ja. Und zwar 20 Juwels. Kann ich mir einen Rund im Shop kaufen. 24 Juwels, Menno. Kann ich mir einen Spiele-Icon kaufen. Menno, das will ich nicht mehr kaufen. Kann ich mir nicht mehr Bandita-Shelly kaufen. Wenn ich mir einen Pimpchen oder einen Pimpchen gewöhnlich machen. Ich mache einfach Pimpchen-Icon. Gewöhnlich. Dynamaik. Das wäre ja Pup, was ich gerade ausgegeben habe. Das wäre ja Pup. Das kann ich bei Dynamaik so machen. Wegen Baumes. Das kann ich bei Dynamaik so machen. So, jetzt sind wir auf meinem Site-Account. Halt auf das Ganze. Da habe ich mir gerade dieses Angebot hier gekauft, was so unnötig war. Ich habe 40 Gems. Dicker. Panda, der Nietzsche, würde ich mir so gern kaufen. Aber... Gucken wir mal. 40. 50. 60. 70. 80, 90. 80. Das war's also... Ich kriege eh nicht den Brawl Pass, also... Geh in den Shop. Wollen wir uns... Wen wollen wir uns denn gönnen? Pandanita ist halt richtig süß und cool. Konstruktorin Jessie ist auch richtig cool. Aber der ist zu teuer, kann ich mir noch nicht leisten. Ich glaube, ich warte auf die nächsten Juwelen. Da... Kann nur Lack sein. Oh... Bald habe ich schon Stufe 30. Also ich mache jetzt zu. Schau doch mit Daryl. Dann sehen wir uns gleich wieder. Also wir sind Platz 3 und ich möchte jetzt nicht, dass das Video zu lang geht. Also ich wünsche euch jetzt noch einen guten... Nein, bevor das Video beende, muss ich euch sagen, den ersten und den zweiten Teil nehme ich gerade an einem Tag auf. Also vor ein paar Stunden oder vor einer Stunde habe ich gerade schon den ersten Teil aufgenommen. Und der wird morgen um 9 Uhr, denke ich, kommen. Und dieser Teil, also der zweite, kommt wahrscheinlich so übermorgen oder morgen. Weiß ich noch nicht. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal einen guten Morgen, Abend oder Mittag. Oder schönen Tag. Und dann... Bis... Gleich! Moin Moin!